Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse, heute mit The Boss Baby von Tom McGrath. Selten war ein Animationsfilm so innovativ, so geistreich und so kurzweilig. The Boss Baby ist wahrlich kein schlechter Film. Es ist auch ein Film für Erwachsene und dennoch hat dieser Film natürlich auch einige Probleme. Ihm gelingt so etwas wie die Quadratur des Kreises. Es ist ein kritischer Film, kritischer als alle anderen Animationsfilme aus dem Hause Dreamworks und zugleich ist er doch wieder nicht kritisch. Originell ist die Geschichte allemal. Der kleine Tim bekommt irgendwann einen kleinen Bruder, dem die Eltern dann die ganze Aufmerksamkeit widmen. Dieses Baby trägt Anzug, Krawatte und stets einen Aktenkoffer bei sich. Dieses Baby ist ein kleiner Tyrann und die Eltern sind diesem Tyrann treu ergeben. Eines Tages aber findet Tim heraus, dass dieses Baby sprechen kann und zwar mit der Stimme eines Erwachsenen und dass dieses Baby eine Mission hat. In dem sehr amüsanten Vorspann erfahren wir, woher die Kinder eigentlich kommen. Da wird nicht biologisch argumentiert, sondern ökonomisch. Nämlich gibt es im Himmel eine große Fabrik, die heißt Baby Corporation. Dort werden Babys am Fließband produziert, mit Söckchen, Windeln und Schnullern ausgestattet und dann zu den entsprechenden Familien geschickt. Nur manche Babys, nämlich die, die nicht kitzlig sind, die also nicht lachen können, die bleiben dort, die werden Manager und arbeiten für die Baby Corporation. Nun ist es so, dass dieses Baby, das jetzt Tims Bruder ist, ein solches Baby ist, das ist auf die Welt gekommen nun aber, weil es eine Mission zu erfüllen hat. Um welche Mission handelt es sich da? Tims Eltern arbeiten im Marketing für einen großen Konzern, den die Puppy Corporation. Dieser Konzern produziert Hundewelpen und verkauft diese Hundewelpen in die ganze Welt. Immer mehr Menschen entscheiden sich für einen Hund statt für ein Baby. Das ist ja durchaus ein Trend, den wir beobachten können. Hundewelpen sind also die größte Konkurrenz für Babys. Und der Chef der Puppy Corporation hat einen Welpen entwickelt, der niemals groß wird. Der also immer süß bleibt und damit wird es bald so sein, dass Erwachsene nur noch Hunde haben wollen, nur noch einen solchen süßen Welpen, aber keine Babys mehr. Und das muss verhindert werden und dafür setzt sich das Bossbaby ein. Hier wird die Familie und speziell das Kinderkriegen durch die Brille der Ökonomie betrachtet. Das ist zunächst einmal beachtlich. In der Regel ist es in Hollywoodfilmen nämlich anders. Da ist die Familie in aller Regel das Refugium. Das Ökonomische bleibt draußen. Selbst der Mogul Citizen Kane erinnert sich ja in seiner Sterbestunde an seine Kindheit und als letztes Wort sagt er dann Rosebud, ein Name, der auf seinem Lieblingsschlitten stand. Und immer so ist es in Hollywoodfilmen, dass die Familie das Besondere ist. In der Regel wird sie als natürliche, autonome Einheit dargestellt, als ein Rückzugsort vor dieser bösen, lauten, ökonomischen Welt. The Bossbaby zeigt nun aber, dass auch die bürgerliche Familie ökonomisch strukturiert ist. Babys erscheinen hier wie Produkte. Wenn Hundewelpen eben das bessere Produkt irgendwann sind, dann haben Babys ausgedient. Liebe ist dabei nicht einfach Liebe. Dahinter steht eine komplex funktionierende Aufmerksamkeitsökonomie. Wie viel Liebe kann man sich leisten? Tims Eltern sind berufstätig, aber, so heißt es am Anfang, sie haben immer noch genügend Zeit, um sich für Tim zu kümmern. Das könnte man auch eben als einen mentalen Kapitalismus bezeichnen. Das Bossbaby, das nur in der Management-Sprache spricht und wie der ideale BWLer denkt, legt diese ökonomische Struktur jetzt bloß. Gary S. Becker, daran sollten wir denken, hat in seiner Humankapitaltheorie ja schon darauf hingewiesen, dass Babys natürlich einen Kosten- und einen Nutzenfaktor haben und dass man deswegen eigentlich die ganze Welt ökonomisch und gerade das Familienleben ökonomisch denken kann. Besondere Evidenz bekommt der Film auch, wenn wir an die Reproduktionsindustrie, an Leihmutterschaft und so weiter denken. Aber der Film sagt auch Grundsätzliches dazu, wie Familie heute funktioniert. Man muss Platz machen für die neue Generation. Du hast bestimmt nicht BWL studiert, die Zahlen passen nicht zusammen, es ist nicht genug Liebe für alle da. Solche Sprüche gibt das Bossbaby ständig von sich. Natürlich, er lernt dann auch, dass es schön sein kann, seinen Bruder lieb zu haben, Familie zu haben, dass Geld nicht alles ist. Doch gerade der Anlage des Plots widerspricht ja eben das nicht, eben weil das Ganze nach ökonomischen Gesetzen strukturiert ist. Der Bezug von Aufmerksamkeit sticht jedes andere Einkommen aus, meint Georg Frank in seinem Buch Ökonomie der Aufmerksamkeit. Die Liebe der Eltern, diese Logik folgt der Film, folgen den Gesetzen der Ökonomie, der Aufmerksamkeit. Und die Kinder verkaufen sich selbst hier als ideales Produkt. Das ist die Ideologie des Selbstmarketings, wie wir sie überall finden. Also Kinder sollen hier süß sein, damit sie den Eltern gefallen. In der freien Wirtschaft will man, dass die andere Produktkriterien stimmen. Also man soll attraktiv sein, ein guter Performer sein. Man soll sich gut verkaufen können. So ungeschminkt sah man selten diese ökonomische Logik präsentiert, über die man, wäre das Ganze nicht eine Komödie, tatsächlich eher weinen müsste. Und es passt ganz gut, dass Tim und das Bossbaby an einer Stelle Hänsel und Kretel lesen. Auch da geht es ja schon um die Ökonomie. Die Kinder sind zu teuer, aufgrund der allgemeinen Teuerung, sodass die Eltern gezwungen sind, die Kinder auszusetzen. Die Frage ist aber, wie weit dieser Film tatsächlich ideologiekritisch ist. Auf den ersten Blick geht die Kritik ja erstaunlich weit. Doch es wird nie eine Alternative zu diesem System auch nur angedacht. Überhaupt kennt ja Hollywood eigentlich keine Alternativen zum Wirtschaftssystem. In der Regel wird jede Alternative vorgeführt und gezeigt, oh Gott, das führt in Totalitarismus und so weiter. Wenn die ewigen Hundewelpen aufgehalten werden können, dann ist keineswegs das grundsätzliche Problem gelöst. Die Rettung der Baby Corporation ist in Wahrheit nicht die Rettung der Familie. Familie und Liebe müssten ganz neu gedacht werden. Doch solange das System so ist, wie es ist, ist das eben nicht möglich. Anfangs wünscht das Boss Baby sich nur an die Spitze des Unternehmens zu gelangen, irgendwann der Chef dieser Corporation zu sein. Doch plötzlich will dieses Boss Baby ein richtiges Baby werden. Der Gedanke, die Baby Corporation und damit das gesamte System zu verändern, dieser Gedanke kommt überhaupt nicht auf. Der Kapitalismus selbst erscheint ja auch als himmlisch und gottgewollt, weil die Corporation ihren Sitz im Himmel hat. Am Ende steht die Regression. Man will wieder Kind werden, um dem Kapitalismus wenigstens vorerst zu entkommen. Deshalb wohl sind Animationsfilme bei Erwachsenen gerade so beliebt. Und wohl auch deshalb kleiden sich 40-Jährige wie 12-Jährige. Und wohl auch deshalb hat sich das Freizeitverhalten bei Erwachsenen doch sehr verändert, wenn man an die Spielkonsolen, die Malbücher für Erwachsene oder den Kletterwald denkt. Doch wie zuvor der Film uns ja zeigte, ist dieser Familienschoß selbst ökonomisch organisiert. So können wir das Ende gar nicht als ein Happy End verstehen. Der Film will seine Wirkungen in etwa so erzielen, wie es im Film die Angestellten der Baby Corporation tun. Sie sorgen schließlich dafür, dass alle Menschen die erblickte Wahrheit über die Corporation wieder vergessen und sich wieder ganz dem Kitsch hingeben. Hier stellt der Film sich selbst ein Bein, zumindest wenn der Zuschauer sich nicht eindullen lässt. Es bleibt ja dieser bittere Nachgeschmack, der nicht ganz übertüncht werden kann. Das Paradies ist verriegelt. Und bei diesem Problem des Films offenbart sich ein grundsätzliches Problem bei der Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus, das sich vor allem auch Intellektuellen stellt. In den Minimamuralia hat Adorno in dem Kapitel Hänschen klein auf diese Ambivalenz hingewiesen. Weiß er, der Intellektuelle, nichts von der Basis, also der ökonomischen Basis, so zielt er ins Leere. Er steht vor der Wahl, sich zu informieren oder dem Verhassten den Rücken zu kehren. Informiert er sich, so tut er sich Gewalt an, denkt er gegen seine Impulse und ist obendrein in Gefahr, selber so gemein zu werden wie das, womit er sich abgibt. Denn die Ökonomie duldet keinen Spaß. Und wer sie auch nur verstehen will, muss ökonomisch denken. Lässt er sich aber nicht darauf ein, so hypostasiert er seinen an der ökonomischen Realität, dem abstrakten Tauschverhältnis überhaupt erst gebildeten Geist als Absolutes. Während er zum Geist werden könnte, einzig in der Besinnung auf die eigene Bedingtheit. Man kann diesem System, wenn man darüber sprechen will, eigentlich nie ganz entkommen, so wie der Film dem auch nicht entkommen kann. Der Film muss sich, will er den Kapitalismus kritisieren, ganz auf seine Logik einlassen. Auch darauf, dass wir eben sagen, naja, dann schauen wir doch mal, wie funktioniert denn Familie, ist das nicht alles nur ein ökonomisches Konstrukt. Dadurch aber wird der Film oder der Intellektuelle macht sich dadurch selbst schuldig und folgt letztlich dieser Logik. Und es gibt dann auch eben nur noch diese Entscheidung, die das Bossbaby trifft. Adorno schreibt zum Schluss dieses Kapitels, wenn der Intellektuelle es macht, wie der Intellektuelle es macht, macht er es falsch. Er erfährt drastisch als Lebensfrage die schmähliche Alternative, vor welche insgeheim der späte Kapitalismus all seine Angehörige stellt, auch ein Erwachsener zu werden oder ein Kind zu bleiben. Und das Bossbaby entscheidet sich dazu, ein Kind zu bleiben. Wir Zuschauer können dies aber nicht. So steht am Ende nur ein verzweifelter Wunsch, alles wieder zu vergessen und ein Kind zu werden. Diese Erkenntnis dürfte The Bossbaby jedem immerhin mitgegeben haben. Bei den meisten anderen Animationsfilmen, da schauen wir nur, aber wir sehen nicht.